es geht ab die geilen druck fuß vielen dank dass ich wieder eingeschaltet hat und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme von zu einer neuen folge ja aufnahme ist es auch aber zu einer neuen folge von rainbow six sie schränkte hier haben wir frostendorst ja den will keiner sehen und auch keiner hören er wird auch gleich im judith wir kriegen aber auch wieder platin alter letztes mal platin 2 da muss ja eigentlich jetzt mindeste platin 1 sein man muss sich ja eigentlich verpasst haben mit gar und ich habe eine frage die büms die büms 1 da mein name ist piste ich bin tot vera das war die die du gescannt hast die steht vor dem extra raum da vor den drei fenstern die da sind hatte ich angelogen garage bandit einer ist nach oben treppe nach oben ist einer machen ja was er weiß nicht ich wollte eigentlich dass er mich da und lange will er dann noch verloren ist er eingeschlafen oder was machte da braucht man geduld leute ja gut aber du kannst dich 40 sekunden lang auf den selben spot starren ja stimmt er muss was hören hat ihn gerade gesehen ja ich mag ihn markieren ja oder ja klar er rennt weg shit ich hätte mich markieren bleiben nein au 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 fack ich schieß auf mit deinem scheiß der ist zu unfähig nein das knapp naa ich denk es ey was soll das hätte ich ihn nicht markieren so einen scheiß dann hätte ich nicht gewusst mann ey dartscheibe ist schuld dass wir die runde verloren haben ja jetzt holen müssen das war nein 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 das war einfach richtig schlechte leistungen das werde ich dann beim nächsten mal besser sehen ja ich streng mich an das nächste mal muss er essen sonst ist ein ace ähm weil sonst fliege ich ja ich würd euch tief gehen ja wir aber nicht da gibt er nämlich bandits wir könnten aufm mute gebrauchen ach ach schaust du von jason bist dann oh ne ja auch nice schreibt mich ich mag seine mutter was so macht zu den scheiß wo nimmt die eigentlich diese großen wände zum verstärken hier alter das war eine spaß ja wahrscheinlich ok oben ist dicht das ist nice oben ist dicht ich bin dicht alle sind dicht so gefällt mir das hier fährt noch eine drohne rum ja aber während ich setze kann ich nicht ansetzen ja nur ja ich habe man jubilch was klein so was mache ich nicht drohen auf der treppe drohne nicht mehr auf der treppe aber wie viele schilder sind hier erstmal hart stellen war gut dann kriegt das schild hier erstmal strom pass auf ja treppe ist aber wieder rausgerannt ok wir haben problem es wird strone ist eingefahren tritt strone ist eingefahren fuß schießen bitte geht nicht da ist eine trittschrone lass ich von der trittschrone abschießen alter ich habe gerade keine zeit zu schießen die trittschrone ist unter dem weißen werden also die hat mich schon dreimal getroffen ich fick diese fotze das gibt es nicht alter die trittschrone die fachbücher weg vom van treppe esch mann mensch ja ich kann nichts mehr egal du hast ja was soll ich machen 60 peter ich schieße auch keiner fuße rein wie wärs mit der ump du arsch alter hauptsache er schießt mit der pistole aber hätte er vorher noch geladen hätte er mal kriegen können die runde war richtig die runde war wenn man sich von ich habe von uns jetzt um zu gewinnen so langsam müsste ich mal ein kill machen mit der unten sagen was soll er den sonst gemacht haben in der ersten runde ging schlecht weil dann hätten wir die runde gewonnen die werden doch alle jetzt einfach mal den richtigen sneaky spot auf dem auto traurig wurde aber gesehen nein da war ja ein kasten ganz oben ist noch keiner wir müssen aber auch bei der garage dann aufpassen mit dem ihrer fenster hat da eine aufgeschossen gerade von euch das ist es an der spirale ich weiß nicht wie sieht es aus also nicht versuchten aber und er kommt durch ich kann nicht in vielen Prozent Kassenbrüchen um auch und die Klinik für ihn in Basel ist erigert im Krieg man ist die Scheißprinke kann mir das Moken werden wird und machen sehr schnell auch exapeliger springen und gar nicht mehr der stelle kann wenn wir ein bisschen unterschreiben ich kann hier runter springen zeit wird gerade ein bisschen knoppig jungs nimmt wie man und ertrag den schmerz einfach mir ist tot einer ist direkt bei der treppe ich kann nicht rein mute ist der red bei der treppe jawohl sehr schön ich hatte so ich habe auf als ich auf mir geschossen habe ich auch irgendwie fünf punkte bekommen dann dachte ich dies dauern aber dabei habe ich nur das scheiß niederfenster dahinter abgeschossen ja ich hatte sie dann erwischt das war aber auch gerade echt scheiße wir waren eigentlich zu viert in der garage drin und wurden von der drohne zerstört soll ich die dropper zu machen die drohne ist gerade gefahren links rum ja ich habe gerade ein bisschen zeit ja ich weiß zeitdruck meinte ich ich habe keine zeit um zeitdruck auszusprechen ich bin könig ich schaffe alles so einer ist zu den anderen schaffe ich nicht da sind auch welche schon nicht wirklich alter fuck yeah ich bin tot der eins auch dauernd ich bin so fett tot ich habe noch nie so einen toten typen gesehen was als ob ich das überlebt habe leko mio kann der arsch leuchten und da kommen wir zu spritzen gehen also twitch ist weg geile tasche haben die auch ich bin oben beim drop desk hier die ganze verraten und weil sie getrennt scheiße garage sind zwei und und Ash. Drohne fährt einer. Mann, die Camps sind so scheiße immer zu. Best Camps. Okay, die haben dich gesehen. Wer ist der noch? Da ist. Nein, nein, nein. Nein, nein, der ist im Raum. Ja! Ja? Jawohl, Alter! Schon das ein oder andere Mal, ja? Ein oder andere Mal? Bitte, mein Freund. Azo? Ähm, bitte noch mal rauchkannten mit wem darfst du entscheiden. Geht? Na lo. Rauch gerade an! Schau, du kannst gerade anbringen, jetzt. Und bitte erst aufbringen, wenn ich jetzt mal bin. Oh, Zeppschau! Ach, Mann, der kaputt war. Alles nicht mehr anrufen. Nee, Kap von drei, mal schicken. Nee, Kap von drei, mal schicken. aber ich habe irgendwie fast alle identifizieren so smoker jäger bandit wäre das wird nicht leichter reinzukommen aber wir haben täglich das gut hat schon meine bett hat steht kreppen ich bin dafür dass das der jugend satz 2017 werde ich gefühlt ich glaube könnte es auf mitten jetzt ist die ermöglicht worden warum konntest du da jetzt nicht machen ich habe ich habe gepumpt wenn sich zu hoch kommen kann ich hier die Werfen zu viel oder so was und kann hier fliegen er kann durch die fenster vom van geschossen ich habe gerade eingesehen der ist links rübergegangen er rennt einfach ein scheiß ich glaube ich wurde von oben durch den dropper beschossen oder so war von wo wurde ich beschossen hier oben ist doch gar kein ich habe nur 24 leben ich habe keine ahnung hinterm weißen werden jäger fast tot eine kugel also der war auf der plattform drauf hinterm weißen werden also am kofferraum quasi keine zeit mehr gehabt da kannst du nichts machen na gut jetzt die runde müssen wir haben ich habe jetzt extra die langen jäger oder welke ich finde ich muss in der fall aber wenn wir gegen war so ein richtiger sneak die kamerawurf ich hoffe die ist an die decke geflogen nicht an du auf den fern ja da musst du auch denken also da ist ein fenster kaputt machen kompensern ja das habe ich dann auch gesehen alter dieses scheiß drohen ficken mich gerade so richtig hart ich treffe einfach nichts das mit dem fenster ist mir dann auch irgendwann aufgefallen tatsächlich tatsächlich habe ich auch gecheckt ja weil du letztens in engen erfolge in den auftauchen auf kurs da ist natürlich echt nice gespawnt hat das von ich wusste nicht so deswegen habe ich sie erstmal aber die haben beide einen anderen winkel von daher kannst dinge sehen die du nicht sehen kannst ich habe irgendeinen angeschossen hier bei der treppe ist jemand wo ist der nein ich wollte abdrücken jetzt haben wir käme zum zeitspiel draußen ist einer in shirt ist tot ich wurde gespottet da war meine kamera ist doch gar nicht so schlecht das war schon alles hier wenn du denkst an den alt hat er hat elf kids der fucker ist okay ich mag schon wenn man die fanta feil hatten richtig gelder tut so ich ich mache droppe es kamera ich treffe einfach keine kameras ich kann es mir sparen darauf zu schießen ich treffe die gerade nicht das ist richtig schlimm ich habe schon den einen sie sind ja nicht sonderlich weit von den anderen jetzt habe ich keine in der Westen ist wenn die Schmerzen jetzt die ganze ab wird die Versuchung das zu kommen ich bleibe oben wahrscheinlich haben sie auch die Füße haben ja es ist so gut die Kultus die sich ich war schon noch ein bisschen dann versuche ich die von hinten zu wollen ist nicht mich auf dem weg die von hinten zu holen ich habe nicht hier genommen das ist doch ein witz das ist so ein scheiß witz jedes mal wenn ich auf den weg geht zu versuchen die von hinten zu in der fucking garage werde ich von der kamera gespottet das ist jetzt mein dritter anlauf und jetzt sterbe ich du fotze man jedes mal von der kamera gespottet worden gibt es nicht da ist der man hat die camp zerstört markiert da wo es letztes kommt jetzt auch das gibt es nicht dreimal von der kamera gespottet worden das ist doch so schlecht und ich weiß wie viel pech kann man haben du machst drei anläufe und west dreimal von der gegendischen kamera gespottet das ist doch so einfach nur wenn wir das gewinnen mit gluckschi gold 2 glaube ich dann lass mal gewinnen nicht garage an mich an mich an mich an mich an ist nicht hier auch das ist nicht kann hat er auch schiebe es war lustig was ich glaube ich die Gerutsche wenn ich mich umgekehrt noch das besoffen und küsse sind aufpassen muss man nicht nur gehört aber ich denke mal smoke das ist eigentlich immer die gleiche besetzung bei den gewesen kreppel war alles dazu ich muss jetzt rein kreppel 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 kommun些 kreppel 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 eine minute man hat gerade unten ein fenster oder eine tür zugemacht menschen was sagt das was das was oder sind alle im raum oder gibt es auch noch leute die draußen sind scheiße einer ist in den kleinen extra raum drin einer ist da im raum keine chance scheiße das war nicht so geil mal mal gucken welchen rang grüßchen super oder gut 4 gold 3 na gut ist er immerhin etwas gold ist drin gold ist drin dann würde ich sagen verabschieden wir uns hier ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann würde ich mich sehr über ein like freuen und wir sehen uns auch hoffentlich wieder im nächsten video tschüss kommt dreifach zu viel minus dann und Untertitelung des ZDF, 2020